Die gläserne Burg – Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Kapitel 20 – Der Alchemist Als das Schulmeisterlein in die Schankstube trat, herrschte dort geschäftiges Treiben. Wie jeden Tag saßen einige der Bauern an dem großen, runden Tisch in der Mitte des Raumes, und um die kleineren Tische an den Wänden der Schankstube herum saßen die Knechte und Tagelöhner wie gewöhnlich. Etwas mehr los war dennoch, denn kein Tisch war mehr frei. Schon wollte das Schulmeisterlein sich umwenden, um später zurückzukehren, als auch der Schankstube einer der Bauern ihn mit kerniger Stingem ansprach und zu einem Umtrunk am Tisch der Bauern einlud. »Nehmt doch Platz, Herr Schulmeister,« sprach jener und setzte mit einem schelmischen Lachen hinzu, »natürlich nur, wenn Ihr mit uns einfachem Bauernvolk Vorlieb nehmen wollt!« Die Runde begann ausgiebig, aber freundlich zu lachen, und der gelehrte Mann nahm Platz. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick, da stand auch schon der Wirt hinter ihm und stellte einen Humpen frisch gezapften Bieres auf den Tisch vor ihm. »Nun, Herr Schulmeister,« eröffnete der Bauer, welcher ihn eingeladen hatte, nun als Gespräch, »habt Ihr Euch inzwischen gut eingelebt in unserem kleinen Dorf?« »Sehr gut, danke schön, die Herren,« antwortete das Schulmeisterlein der Dinge harrend, die da kommen sollten. »Wann schon zweimal beim Schulrat gewesen, wie man hört?« fragte ein Zweiter. »Das ist richtig,« antwortete das Schulmeisterlein, ein wenig verwundet darüber, wie gut die Dörfler über ihn Bescheid zu wissen schienen und was sie über seine Unternehmungen wußten. »Werdet Ihr mit dem Brauen von Zaubertränken fortfahren, wie Euer geschätzter Vorgänger?« fragte der Dritte. »Dazu müßte ich erst einmal wissen, was der werte Herr Schulmeister – Gott hab ihn selig – zusammengebraut hat, meine Herren,« beantwortete das Schulmeisterlein höflich auch diese Frage. »Er wird die schöne Gretel schon Sorge dafür tragen,« warf der erste wieder in die Runde ein, die hernach mit einem gemeinschaftlichen Blick in Richtung der geschlossenen Küchenthüre herzhaft lachte. Das Gespräch blieb, obschon die am Tisch sitzenden Bauern allerlei Dinge zu wissen schienen, dennoch oberflächlich, und es machte den Eindruck, als seien sie wirklich nur daran interessiert, die Abendstunden in ein angenehmes Gespräch vertieft dahinziehen zu lassen. Was immer der Schulmeister aus dem fernen Heidelberg auch Geheimnisvolles zu tun beabsichtigte, und was sich die Dörfler womöglich davon erhoffen mochten, blieb in dieser Runde unbesprochen. Zwei Stunden unterhielt man sich über den harten Winter, der nun zu Ende gegangen war, und einige Schäden hinterlassen hatte, und stellte Prognosen an über die zu erwartende Ernte in diesem Jahr. Alte Bauernregeln machten die Runde, und immer wieder erklang fröhliches Gelächter, das anzeigte, daß der Schulmeister in die Gemeinschaft der Dörfler aufgenommen worden war. Schließlich erhob sich der Erste der Bauern geräuschvoll vom Tisch, legte die Hand an die verschlissene Mütze auf seinem Kopf und verabschiedete sich. »Es war Zeit für mich, nach Hause zu gehen!« tönte er mit rauer Stimme. »Nicht daß die Ehrenwerte Frau Gattin mit dem Nudelholz wartet!« setzte der Zweite hinzu, und die Runde lachte erneut schallend auf. Auch die beiden anderen erhoben sich nun, verabschiedeten sich ehrerbietig, und wenig später saß das Schulmeisterlein alleine an dem großen runden Tisch der Bauern. Während der vergangenen zwei Stunden hatte er dem Geschehen in der Schankstube keine weitere Aufmerksamkeit mehr geschenkt, und stellte nun erstaunt fest, daß auch die anderen Tische sich geleert hatten. Er war alleine in der Schankstube, und nur der Wirt, der zwischen Küche und Theke hin und her eilte, unterbrach zuweilen die vorherrschende Stille. Das Schulmeisterlein zog endlich das Büchlein heraus, das er unter den Laborutensilien seiner Vorgänger gefunden hatte, und blätterte unentschlossen darin herum. Wie schon die Liste aus dem Folianten des Schulrates, enthielt auch das Büchlein eine Vielzahl von Aufstellungen mit allerlei Zutaten. »Trinkt Ihr noch ein Bier, Herr Lehrer?«, hörte er plötzlich die liebliche Stimme der schönen Gretel hinter sich, und erblickte in ihr hübsches, wenn auch etwas blasses Gesichtchen. »Sehr gerne!«, erwiderte er lächelnd. Hurtig eilte das Mädchen hinter die Theke, ihrem gelehrten Freund ein Glas Bier zapfend, und wenige Augenblicke später stand der Humpen mit einer netten Schaumkrone darauf vor ihm. »Ganz hinten in Eurem Büchlein werdet Ihr einige Ergebnisse finden, die Euer Vorgänger zu Papier gebracht hatte,« sagte sie unvermittelt und fuhr fort, »ich habe es nie so recht verstanden, um was genau es dem Herrn Schulmeister zählig ging, doch er sprach öfter von der Dosierung eines bestimmten Kräutleins und wie sie sich auf die Dauer der Reise auswirken möchte.« »Der Schulmeister sah auf.« »Was für eine Reise?«, fragte er. »Das weiß ich auch nicht, Herr Schulmeister, Ihr Vorgänger mochte darüber nichts berichten.« Sie lächelte ein wenig versonnen. »Egal, wie oft ich auch bei ihm vorsprach, ihm Näheres zu entlocken.« »Bist Du in der Küche fertig, Gretel?«, wurde die traute Zweisamkeit durch die raue Stimme des Wirtes unterbrochen. »Sofort, Vater!«, versicherte seine Tochter pflichtschuldig, erhob sich und verschwand. »Man muß eben immer hinterher sein,« sprach der Wirt mehr zu sich selbst als zu seinem Gast, lächelte ihm aber ungeachtet dessen freundlich zu. »Was ist eine schöne Frau schon nütze, wenn die Arbeit liegen bleibt?« Das Schulmeisterlein lächelte ob diese Äußerung des Wirtes. Und zwar hatte er schon in den Versammlungen seiner Studentenverbindungen für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und von einem Abschied von den traditionellen Rollenvertheilungen, wie sie allgemein üblich waren, referiert, doch als Mann seiner Zeit wußte er wohl, daß ohne eine Verteilung der Aufgaben weder eine Familie noch gar der Betrieb einer Schankstube aufrechtserhalten waren. Zudem hörte der Wirt sich trotz seiner burschikosen Art nicht an wie ein Pascha, der nur Befehle erteilte. Er war sich seiner Verantwortung ganz einfach bewußt und handelte auf seine Weise danach. Wieder allein gelassen blätterte er durch die hinteren Seiten des kleinen Büchleins und fand auf diesen schließlich einige mit einer ungewohnt ungelenkten Handschrift offensichtlich in großer Eile hingekrakelte Sätze. Aus dem, was er las, schloß er, daß hier die Rede von den Ergebnissen der Tränke war, die sein Vorgänger zusammengebraut hatte. Auch das geheimnisvolle Kraut, das er schon mehrfach an anderer Stelle erwähnt gefunden hatte, tauchte hier mit seinem Kürzel C.S. wieder auf. Demnach schien die Richtung der Reise, was immer das auch für eine Reise sein mochte, von der Art der chemischen Behandlung abzuhängen, und das C.S. bezeichnete Kräutlein schien die Richtung und die Dauer der Reise zu bestimmen. Eine Tabelle rundete die Sammlung der Forschungsergebnisse ab, jedoch wußte das Schulmeisterlein vorerst nichts, damit anzufangen. Endlich steckte er das Büchlein wieder ein, griff nach seiner auf dem Tisch liegenden Pfeife und trank das noch halbvolle Glas Bier, das vor ihm stand aus, stand auf und schritt zur Theke, den Wirt nach der Rechnung fragend. Dieser machte nur eine beinahe unwirschwirkende Handbewegung, brummte etwas in seinen Bart, was sich anhörte wie »Ihr seid mein Gast, werter Herr«, und kümmerte sich nicht weiter um seinen etwas hilflos dastehenden Gast, der schließlich die Schankstube mit einem unbeantworteten Guten-Nacht-Gruß verließ. Die Nacht war kühl und der Himmel sternenklar, als das Schulmeisterlein auf die Straße hinaus trat. Einen Moment schien er entschlossen, den Heimweg hinüber auf die andere Seite des Platzes anzutreten, entschied sich aber dann doch anders und wandte sich nach links die Richtung der Dorfstraße einschlagend und schlenderte gemütlich durch die vom abnehmenden Mond sanft erhellten Straßen. Die Begriffe, die er in dem Büchlein gelesen hatte, beschäftigten ihn, und er dachte immer wieder an die ungewöhnlich umfangreiche Sammlung von Laborutensilien, deren Herr er nun war. Solcher Art in seine Überlegungen vertieft war er, daß er gar nicht bemerkte, wie er das Dorf umrundete, und schließlich fand er sich, nicht wenig erstaunt, vor dem Schulgebäude wieder. Doch statt sich die Treppe hinauf zur Ruhe zu begeben, kramte er nach dem Schlüsselbund in seiner Rocktasche und öffnete die Türe zu dem Schulraum. Dort zündete er die Sturmlaterne, die noch immer auf der hinteren Bank nahe der Türe, die in den Keller führte, stand, an, ergriff sie und schritt die Treppen hinab und betrat den Raum mit den Kisten und Koffern. Die ganze Nacht hantierte er mit den Utensilien, die er nach und nach ihren Behältnissen entnahm, und als die Morgensonne durch die direkt unter der Decke befindlichen Kellerfenster herein zu scheinen begann, fanden sich verteilt über den ganzen Raum Petroleumbrenner, Reagenzgläser, Gestelle, die Glaskolpen hielten, und zahlreiche Glasröhren, die die verschiedenen Behältnisse auf geheimnißvolle Weise miteinander verbanden, systematisch aufgebaut auf den schweren Tischen wieder. Eben hatte das Schulmeisterlein damit begonnen, die in einer der Kisten aufbewahrten Glasflaschen mit einer Unzahl von Kräutern und Flüssigkeiten auszupacken und systematisch in einem Regal einzuordnen, das auf einem Tische stand und offenkundig für eben diesen Zweck gedacht war, als er Schritte hörte, die die Treppe hinabkamen. Er drehte sich zur Türe, und sah die schöne Gretel hereinkommen. »Ihr habt nicht geschlafen, Herr Lehrer?« fragte sie sich, in dem Raum umschauend, der sich über Nacht von einem leeren Kellerraum in ein veritables Laboratorium verwandelt hatte. Der Schulmeister nickte ihr freundlich zu, sprach aber kein Wort. Der unstete Lebenswandel, dem er folgte, seit er hier eingetroffen war, forderte seinen Tribut, und er spürte den mangelgesunden Schlafes deutlicher als jemals zuvor in seinem Leben. »Ihr könntet etwas Schlaf gebrauchen, werte Herr Lehrer«, sprach des Wirtes Tochter, die Stille überbrückend, weiter. »Der ehrenwerte Schulmeister Selig«, bei diesen Worten bekreuzigte sie sich, »wußte stets festzustellen, daß zu wenig Schlaf den Arbeiten wenig förderlich sei, und einmal hat er sogar«, sie kicherte bei diesen Worten, »das Laboratorium in Brand gesetzt, weil er über dem Kochen eines Kräuterins eingeschlummert war.« Sie deutete mit der rechten Hand an die Decke, wo der Schulmeister, der ihrem Hinweis mit den Augen folgte, deutliche Spuren eines Brandes entdeckte, nun, da die Sonne den Raum spärlicher hältte. Er beschloss dem Rat der schönen Gretel zu folgen und ließ ab von seinen Vorbereitungen, deren Zweck er zu diesem Zeitpunkt kaum zu erraten vermochte. Seine Gedanken waren wirr, und es schien in der That das Beste zu sein, ein wenig zu ruhen und neue Kräfte zu sammeln. »Sie haben vollkommen recht, Fräulein Gretel«, sprach er nun, »es wird Zeit, ein wenig Ruhe zu finden, bevor ich fortfahre.« Er bot ihr den Arm, und sie verließen gemeinsam den geschäftigen Kellerraum und stiegen die Treppe hinauf. »Ich werde Euch zum Mittagsmale wecken, wenn Ihr erlaubt, werte Herr Lehrer«, sprach sie. Das Schulmeisterlein nickte, lächelte ihr dankbar zu, öffnete die Türe, die zu seiner kleinen Wohnung hinaufführte, und wollte gerade die Stiegen hinaufsteigen, als er spürte, wie das Wirtszöchterlein ihn am Rockzipfel zupfte. Er drehte sich noch einmal zu ihr um. Im Nu hatte sie einen Schritt auf den Stufen nach oben getan, ihn umarmt und ihm einen kurzen, aber herzlichen Kuß auf den Mund gedrückt, um dann, sichtlich errötend, kehrzumachen und die Türe hinter sich schließend zu entschwinden. Das Schulmeisterlein, sichtlich überrascht von der Zuneigungsbezeugung seiner jungen Freundin, stieg die steile Treppe hinauf, und wenige Augenblicke später lag er, der Länge nach ausgestreckt, auf seinem Bette. Zu müde, sich auszukleiden und den Nachtrock anzuziehen, schlief er in dem Augenblick ein, da sein Kopf das Kissen berührte, und wachte erst wieder auf, als die schöne Gretel einige Stunden später in seine Schlafstube trat, ihn, wie versprochen, zu wecken. Wie jeden Mittag betrat er die Schenke, nahm an seinem Tisch am Rande der Stube Platz und löffelte genüsslich an seinem Mahl, das bereits auf ihn wartete. Als er seine Pfeife, die er nach dem Mahl anzuzünden pflegte, ausgeraucht und gereinigt hatte, stand er auf, verließ die Schenke wieder und kehrte in das Schulgebäude zurück, um seine begonnenen Untersuchungen fortzusetzen. Der Schlaf hatte ihm wohlgetan, und nur wenige Stunden später hatte er die meisten Zutaten systematisch geordnet, einsortiert, und sein Laboratorium stand in einem Zustand vor ihm, der einlud, mit den Experimentieren zu beginnen. Stets das Büchlein und die geheimnisvolle Liste aus dem Folianten des Schulrates bei sich, hantierte er geschäftig umher, und der Geruch von Petroleum und würzigen Kräutlein durchzog das alte Gemäuer. Stunden um Stunden waren inzwischen vergangen. Das Schulmeisterlein stand vor einem gewaltigen Glaskolben, aus dem in ein winziges Fläschlein immer wieder einige intensiv nach Blumen riechende Tropfen fielen. Noch immer hatte er keine konkrete Vorstellung von dem, was er da zusammenbraute. Bisher hatte er sich einfach wortgetreu an die Brauanleitungen gehalten, die er gefunden hatte, und so wie das Ergebnis roch, mußte er bei seinem ersten Experiment etwas zusammengebraut haben, das dem, was der Verfasser der Anleitung im Sinne hatte, recht nahe zu kommen schien. Einzig die geheimnißvolle Zutat, die immer wieder unter dem Kürzel c.s. auftauchte, was, wie er mutmaßte Chronologium Sativa bedeutete, war nicht zur Anwendung gekommen. Nirgendwo hatte er dies eigenartige Kräutlein näher beschrieben gefunden, und ein Behältniß mit einer entsprechenden Beschriftung vermocht er, trotz intensiver Suche, ebenfalls nicht aufzufinden. Inzwischen hatte sich der Geruch aus seinen Flaschen und Kolben, der zunächst dem einer frischen Frühlingsblumenwiese ähnelte, in einen infernalischen Gestank verwandelt, der mit jeder Minute intensiver zu werden schien. Er löschte die Flamme des Brenners und wollte die kleine Flasche mit dem Ergebnis seines ersten Versuches aus der Halterung entnehmen, als diese ihm aus der Hand rutschte und zu Boden fiel. Doch das Glas zersprang nicht einfach, mit dem zu erwartenden Klirren zerbarstenden Glases, sondern explodierte mit einem ohrenbetäubenden Schlag, der das Gebäude erzittern und den Staub von der Decke herabriesen ließ. Der Raum füllte sich mit einem weißen Rauch, und der Schulmeister mußte den Raum verlassen. Im selben Augenblick hörte er einige Schritte die Treppe herunterkommen. »Ist Euch etwas passiert?« hörte er die ihm wohlbekannte Stimme der schönen Gretel fragen, und als er nicht antwortete, packte sie ihn unerwartet kraftvoll bei den Schultern, drehte ihn zu sich um, ihn gründlich musternd. »Dem Himmel sei Dank!« rief sie aus. »Ihr seid wohl auf!« Sie strahlte ihn glücklich an und warf dann einen Blick in das Laboratorium, in dem sich Qualmwolken bis zum Boden hinabvertheilt hatten. Sie zog ein Taschentuch aus ihrer Schürze, hielt es sich vor Mund und Nase und schritt sicheren Schrittes durch den Raum, die Fenster zu öffnen. Im Nu zog der Qualm zu den geöffneten Fenstern hinaus, und der Blick klärte sich ein wenig, der infernalische Gestank jedoch wollte nicht mit ihm weichen. »Kommt mit, Herr Lehrer!« forderte sie den Schulmeister auf, mitzukommen, und führte ihn die Treppe hinauf. »Ein wenig frische Luft kann nicht schaden, und der Geruch Eures ersten Versuches wird eine Weile brauchen, bis er verflogen ist.« Es dauerte eine Stunde, bis der Gestank so weit verflogen war, daß er sich wieder die Kellerstiegen hinabbegeben konnte, ohne einen heftigen Würgereiz zu verspüren. Die schöne Gretel war in der Zwischenzeit bereits wieder entschwunden, denn es war bereits früher Abend geworden, und sicherlich wartete ihr gestrenger Vater in der Dorfschenke auf sie. Er sah sich in dem verlassenen Raum um, in der Erwartung eine gewaltige Unordnung vorzufinden, doch stattdessen lagen einige der Scherben des kleinen Fläschleins auf dem Boden, allerdings verteilt bis in die hintersten Winkel. Der Rest der Ausrüstung war vollkommen unbeschädigt. »Viel Schall und Rauch und wenig Wirkung«, murmelte das Schulmeisterlein vor sich hin. »Dem Himmel sei Dank«, fügte er nach einem Blick auf die zahlreichen Glasfläschchen, die unbeschädigt geblieben waren, hinzu. Es blieb dies nicht der letzte Versuch seiner Art, und nachdem er fortan mehr Umsicht walten ließ, seine Brauergebnisse zu sichern, verursachte er auch keine weiteren explosiven Überraschungen mehr. Doch stiegen in den folgenden Tagen immer wieder dichte und übel riechende Wolken aus den eilig geöffneten Kellerfenstern auf. »Der Herr Schulmeister ist mit Kochen beschäftigt«, begannen die Leute belustig zu sagen, wenn wieder ein weiterer Versuch im Rauch aufgegangen war, und noch lange nach den hier geschilderten Ereignissen sprach man von dem sich in Kochkünsten übenden Schulmeister, wenn aus irgendeinem Küchenfenster Rauch aufstieg, und signalisierte, daß gerade eine Mahlzeit dabei war, zu verbrennen. Doch egal, wie der gelehrte Herr auch experimentierte und wie sorgfältig er die Zutaten abwog, zu keinem Zeitpunkt erhielt er ein Tränklein, das man guten Gewissens einzunehmen hätte wagen können. Nach einer Woche und einigen Dutzend fehlgeschlagener Experimente faßte er den Beschluss, daß weitere Nachforschungen erforderlich seien, bevor er sich an weitere, gefahrvolle Experimente machte. Er schloß die Thüre zu seinem Laboratorium sorgfältig ab, stieg die Treppen hinauf und versperrte eben so sorgfältig die Kellertüre, die die Schüler von der Welt im Untergrund fernzuhalten diente, und kehrte in seine Wohnung zurück. Der Unterricht der Schüler, der eigentlich schon vor einigen Tagen hätte wieder beginnen müssen, war noch nicht wieder in Gang gekommen, doch keiner der Dörfler sprach ihn darauf an, und die Kinder des Dorfes, die auf seinen Unterricht warteten, strichen wohl des öfteren, wenn sie nicht zu Hause gebraucht wurden, um die Schule herum und beäugten den ihnen immer vertrauter werdenden Schulmeister, doch keiner der Jungen und Mädchen schien es für wert, den gelehrten Herren nach dem Beginn des Unterrichtes zu fragen. Die Zeit verstrich, und einige Tage lang sah man das Schulmeisterlein nur zum Mittagsmahl und einem kurzen abendlichen Umtrunk in der Dorfschenke verschwinden und wenig später wieder in seine Räumlichkeiten zurückkehren, um sich seinen Studien hinzugeben. Mehr passierte nicht, und niemand wagte es den Schulmeister in seinen offenkundig wichtigen Studien zu stören. Bis zum nächsten mal. Vielen Dank.